Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben uns dazu entschlossen, ein kleines Minecraft-Projekt zu machen, und ja, und dann sind wir jetzt in der Minecraft-Welt, und was willst du da, willst du mir ein Lutschen, oder was? Ja, Alter, was? Ja, aber ich will dir schon isst, ich will dir schon Hunger. So, ich würde sagen, ich fange da mal jetzt auszurüsten und gehe da mal eine schöne Stelle suchen. Alles klar, äh, was bauen wir überhaupt? Was ist nämlich... Scheiße, ich hab schon Hunger. Wir können ja... Hey, wie wär's mit einer Mitte, Alter, Stadt oder so? Ja, das wär echt nice. Oh, ich hab einen Erfolg erzielt, cool. Ja, ne? Wo wollen wir die bauen? Wie, wo wollen wir die bauen? Ja, willst du die eher auf so einen Berg bauen, oder eher im Flachland, willst du die in der Wüste bauen, oder? Nee, Wiese ist definitiv scheiße. Was wäre denn dir so lieber? Ja. Hm? Ja. Hier? Also mir, was mir lieber wäre, oder was? Ja, dir, 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 dir. Oh. Ihr braucht Essen. Ja, Essen, das wäre mir lieber. Ja. Ach, mal, vor Essen, ich hab heute Abend noch nichts gegessen, außer Süßigkeiten. Ach, ich glaube, ich esse nachher noch eine Pizza. Uh, Pizza. So, Benchmarking, yay. Hast du ein, äh, ne Workback? Ja, die steht schon hier. Cool. Ja, sieh'n geklaucht. Nein. Bückenet, Tulia. So, Balkaufpigex, äh. Bist du ja auch, was wir auch machen könnten, das wäre mega cool. Ne, wäre auch keine cool Idee. Was denn? Wir könnten drei verschiedene, äh, Mittelalterstädte bauen und dann uns gegenseitig bekriegen. Ne. Aber das ist Schwachsinn. Ist Schwachsinn. So, ich geh mal grad auf die Suche, da ein bisschen Essen, okay? Oh mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon ein schöner Berger. Hütchen! Hütchen! Ähm, ja. Ja, was? Soll ich die Werkbank mitholen oder soll ich nicht stehen lassen? Ja, sicher. Seid ihr alle, ihr seid weg. Ich hab mal ein, ich hab mal ein. Also ich hab nur ein Ei. Ich hab zwei. Die sind bei mir in der Nähe? Ne, ich hab hier Hühner gefunden. Ich hab drei Eier. Tulia ist bei mir in der Nähe. Ja, ich hab mal den Kürbis hier im Deck. Da hol die Kürbis mit, Tulia, das ist eine gute Idee. Du hast Bäume nachgepflanzt, wo ist dein Hund dauer? Ich, ähm, hier. Moment. Auf, äh, was für eine Schwierigkeit hast du gestellt? Normal? Äh, ich vermute mal. Ist einfach. Ist ja einfach. Ja, ist einfach gestellt. Echt? Ich sehe dich, äh, Patrick. Wo? Deiner Stalker. Ähm, siehst du mich? Ich schau einfach mal die Bergbank und hau ab. Alter, da hinten ist Ultra, der nice Berg. Habt ihr den schon? Ja, ich stehe den gerade. Lass mal einen Huhn. Ich geh den Huhn. Da weiß ich nicht so. Nicht so geil, den zu starten. Guck da einfach mal hier nach oben. Lava. Guck da mal nach oben. Ja, warte. Das sind sau viele Eier, Junge. Wir können sau viele Hühnchen nachher mal. Wo bist du denn? Hallo. Also, wir sollen immer noch nicht gesehen. Doch, ich hab dich doch gesehen. Ich hab doch gerade gesehen, ach, wie gesagt, ach, da oben. Hab ich nicht gehört. So, äh, so. Ich hab eine Idee. So, dann haben wir schon mal ein bisschen Fleisch haben. Mal schon mal, äh, hol schon mal Stein für den Ofen. Ja, ich hol schon mal Stein für Pickaxe. Ja, kannst du schon. Kann nicht sein, dass es schon dunkel wird, alter Vater. Was, nein, oder? Craftet euch mal schwer. Wo bist du eigentlich? Kürbissammeln. Ah, Kürbissammeln. Okay. Die macht das richtig. Weißt du, Sascha, hörst du zu? Die Männer gehen auf Jagd nach Fleisch. Und die Frau geht auf der Suche nach, äh, Freude und Bier. Da war eine kurze Hexe. Bist du jetzt in Patrick? Weg? Patrick. Oh mein Gott, hier ist ein Zombie. Hier ist ein Zombie. Gib mir mal die Crafting Bench. Äh, ja, einen Moment, warte. Was gibt die hier? Möste den Zombie auch? Ja, so züttel, ich geb ihn her. Gib sie her. Und, ja, wir sind auch schon mittlerweile auf der neuesten Minecraft-Version. Nein, was? Ja. Äh, tu mir da Fleisch hier rein. Ja, tu mir da Fleisch da rein. Was hast du geholt, Holz? Cool. Ich mach auch Fleisch rein, gell? Ja, ich hab... Oh, gut. Ich hab Angst. Juli hat auch endlich mal den Erfolg erzielt zu den Waffen. Sascha, brauchst du Stein. Wo bist du denn? Ich hab noch Stein. Irgendwie sind auch viele, kann das sein? Wie, viele Monster? Ja, Zombies, hör ich, sau viele. Ja, ultra. Oh, ey, so mit dem was zu essen, ey. Ja, ich auch. Hast du alles geholt? Nee. Ich war nur leer, dann sagen wir es mal so. Sechs Stück waren mir. Eins hab ich jetzt gegessen, also sind noch fünf Stücken. Ey, mir teilen wir nicht. Wir müssen aber auch Tulia was geben, ne? Ja, ich will gleich abführungen an. Müsst du schon abführungen an? Äh, ja, noch vier Balken hab ich. Ja, dann kommt zu. Hier ist die Spinde, Junge! Wo kommt die? Die greift mich an! Ich kann mir, ich... Ach, wie kann ich schwören, oder was? Ich hab ein Steinschwärz. Alter, ich hab ein Steinschwärz. Ja, ich hab ein Steinschwärz. Ja, ich hab ein Steinschwärz. Krüffelkalbe! Ja, ich hab ein Steinschwärz. Das hat das so vor mich. Ich hab das stärkere Schwert gehabt. Ach, das ist schon das Steinschwärz. Könnte ich auch, wo komme ich bei das? Heute ist es ein Schwert. Ähm... Ich hab Angst. Einen Moment mal kurz, gell? Loll. Einfach nur auf, nochmal weg. Dixer. Ist noch jemand da? Ja, ich bin noch da. Hey, du warst doch grad weg. Kohle! Kohle! Hast du Kohle? Ja, Kohle. Hol die. Bau die ab. Weißt du, nur durch mich hast du die gefunden, du Arsch. Meine Kohle! Ey! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich hab die Kohle noch... Ey, wenn du mich gleich getötest, bring ich dich um! Ich hab eine Kohle gesammelt. Alter, die Zombies, die gehen mir grad mega auf die Eier. Ich geh nicht töten. Weißt du denn, wo die sind? Ja, ich glaub schon, hier oben um Berg sind welche. Alter, der Berg da, der sieht so episch aus. Die Lava, die leuchtet so cool. Da hinten ist Wasser. Soll ich mir mal einfach übers Meer gehen? So, wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Äh... Skelett! Skelett! Gellett weiter rein. Gegett. Da wo du eben wo mir zwei es eben gesehen haben. Komm mal zu dir. Ich glaub ich weiß wo du bist. Äh... Oh das sind zwei Spinnen und ein Ei. Und nun! Alter! Also, äh, wir werden auch leider die ganzen Aufnahmen aus meiner Sicht sehen, weil Thulia nicht aufnehmen kann oder möchte, eher gesagt. Hallo, ich bleibe am reden. Ah, Spinnen. Und der Patrick leider, wie schon gesagt, auch schon mal nicht aufnehmen kann. 2 Spinnen, Sacha, helf mir. Mir 2 gegen die 2. Krippel, keine. Ich hab dich schon wieder geschlagen. Krippel, keine. Die kraften alle, mich schon. Monster Hunter. Thulia? Renz vereint. Wieso kannst du den Challenge Eierläger an den Kopf werfen? Ey, behalte die Eier, die brauchen jetzt für später. Zu spät. Toll. Hast du ganzes Flasches rausgenommen, äh, Patrick? Achso, ja, ich kann, warte, Thulia, ich gebe dir 3 Stücke. Ja, tu ja. Du musst ein Mini-Zombie. Ah, das ist ein neuer Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wusstet. Aber wenn du wartest mit dem Hauen, ja? Sieht das manchmal mehr Leben. Alter! Alter, du hast mich gerade gehauen, weißt du? Nein, ich hab dich nicht gehört, aber du hast mich gehauen. Ich glaube, du hast mich getroffen. Wieso haben wir eigentlich jetzt 2 World Benches? Ich würde sagen, was ich eingebrocht habe. Sagen, weiter geht's, oder? Obwohl, da sieht schon ziemlich geil aus da hinten. Irgendwie geht das gleich mal, mal angucken. Wie soll ich die Berge da hinten? Komm mal hier hoch. Bist du den? Ja? Auf dem Baum. Bist du da? Ich fass. Ihr hörst du. Was ist denn so Mini-Zombie? Ich finde, ich finde die gar nicht gut. Nein. Wo kam der denn? Ah! Krüppelkeile! Auch Schufferkeile. Kann man auch mal sehen. Ich habe mich gerade gepflanzt. Oh, hast du? Ja. Du hast nichts gesehen. Ja, da hinten ist echt geil auf dem Berg. So, war auch ein bisschen Fleisch. Ich habe noch ein bisschen Fleisch, falls jemand braucht, ne? Ich habe nur noch zwei... Was ist das für ein Zombie? Ein Durf? Ein Villager. Ein Zombie-Villager. Ja, aber da muss doch hier auch irgendein Village in der Nähe sein, ne? Nee, muss nicht. Ach, oh, schalte, da hinten ist ein Creeper. Ich mache jetzt erstmal... Ja. Ich werde dafür, wir holen uns Boote und verpissen uns. Weil da hinten ist ein offenes Meer, da können wir sauweit fahren und dann suchen wir uns einfach was Neues, weil... Ja, direkt am Anfang vom Spawn, da das auch nicht cool finde. Also meiner Meinung nach, ihr könnt aber... Wir können jetzt gerne mal, äh, die... Lass mal kurz die Werkbank unten stehen. Ja. Ich könnte jetzt gerne mal die Berge da hinten mal angucken gehen, wie da aussieht. Oder? Was meinst du? Okay, ich brauche noch eine Werkbench-Tool, ja? Nein, ich habe schon mal einen Steinschwert. Scheiße. War ich zu langsam. Hahaha, ich bin unter alternativer Kämpfer. Moment, ne, eher so. Moment, so? Das ist ein Creeper. Der Creeper hat mich gesehen, der Creeper hat mich gesehen. Krüppelkeile! Wo ist der? Jetzt so ein kleiner... Pass auf. Oh, ich habe ihn gesehen. Oh, ich habe gar nichts bekommen. Ja, doch, ich schon. Lass euch mal ein Zombie... Okay, wie schon gesagt, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal... Ich mache wieder mal ein paar fucking... Alter, Leute, wollt ihr mal was krasses sehen? Hm? Äh, oder hören? Also, ich bin echt tot, ich habe nichts mehr zu essen, weil ich... Ein Holzschwert ist gegen Hühner effektiver als ein Steinschwert. Mit einem Holzschwert mache ich einen Huhn mit einem Schlag und mit einem Steinschwert. Hier ist ein Zombie. Geh in die Grube! Hallo, Ringer, ja! Hallo, nicht mich hauen! So, dann würde ich sagen, kommt mal mit, wir gehen jetzt mal... Die Berge und Gutachten? Nicht sprinten, Patrick. Das ist jetzt ganz Gift. Geh. Gift. Da hinten sind sau viele Zombies. Hünnchen! Oh, hier ist irgendwo ein Creeper. Ah! Oh, oh, da ist ein Bogenschütze. Hilfe! Der schießt auf mich. Und wo denn? Was ist hier denn? Ah, ich bin tot. Nein, ich kämpfe gegen Zombie. Alter, Tulia, du hast alles verloren, soll ich das aufsammeln? Ich habe dich gerecht. Weißt du doch, wo wir waren, Tulia? Äh, ja. Ah, ich hatte nicht so viel. Also, das brauche ich essen. Ich bin tot. Oh, komm mal bitte mit deinen Waffen wieder, da kommt jemand. Oh, deine Waffe habe ich gar nicht. Also, deine Waffe habe ich nicht. Alles klar, ich habe den Rest von dir. Jetzt sich anhört, weißt du... Oh, es wird wieder Tag, Gott sei Dank, ey. Weißt du, wie das sich anhört, als ob mir die so von einem Schlachtfeld aufgekratzt haben, du eine Hälfte und ich eine Hälfte. Apropos, kurze Frage, äh... Also, Regen klingt anders, oder? Es regnet. Es regnet. Na, neu. Und zwar, wie lange wollen wir eigentlich die Folgen machen? Ähm, wie lange ist sie denn schon am Laufen? Jetzt fast 15 Minuten. Seid ihr überhaupt? Leute, ich bin alleine. Ich bin mein Sascha. Umgegeben von Creepers, Zombies, Spinnen... Oh mein Gott, der Creeper explodiert fest. Du bist über den Berg? Nein, wo bist du? Ich bin da, wie zu dir eben gestorben. Oh, ey, Leute, sagt doch was. Ich dachte, wir warten... Ich hab sie doch abgeholt. Creeper, Creeper, Creeper. Ich hab kein Essen mehr. Wo bist du denn? Ich komme zum Berg. Ich bin bei dem Lava von dem Berg. Creeper! Bei dem Lava. Ah! Was ist das? Nein, es kann nicht mehr laufen. Zwei Creeper, Hilfe! Ich komme schon, geil! Lava! Ich bin bei der Lava. Ja, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, oh Gott. Ich komme dem Berg hoch. Wo ist der Creeper? Ah, ich glaube, hoch. Zwei Stück. Ups. Was abhauen. Die sind overpowered. Die kommen hier nicht hoch. No, Creeper! Nein, Fuchs schießen! Fuchs schießen! Ah! Nein! Rack hier! Alter, das ist auch cool. Man kann jetzt auch runter, was da schießen. Hilfe, ich bin fast gerade beschossen. Waschersprach, Hilfe! Der Creeper kommt. Ich schütte, ich schütte, ich schütte, das ist gerade... Ich bin tot, ich bin gleich tot. Nein! Scheiße, der Creeper! Nein! Jetzt ist er tot, eine Schleck hat noch gewidmet. Sammelt meine Sachen bitte auf. Ich bin schon dran. Ähm... Wo bin ich? Jetzt noch was in der Frage, wie lange? Ähm, gerade so 20 Minuten. Da ist eine Folge? Ja. Du siehst nicht gut aus mit dir, feinem Auge. Ja, Thulia verartzt. Thulia verartzt hat. Creeper! Du hattest schon ein Brot? Creeper! Creeper! Wir haben definitiv kein Essensproblem. Echt schon? Alter, vier Spinnen auf einem Stück. Ah, die kratzen mich an! What the fuck! Was? Ofen stillen? Ja, Moment. Habt ihr meinen Schleifern? Ich hab' noch cooler, ne? Wo seid ihr? Junge! Oh, schon wieder ein Skelett! Ne, 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 ich find'n schon wieder... Patrick! Patrick, mein Schleifern! Ach, das ist ein Skelett! Hilfe! Weiß, ich zieh' die Scheiße automatisch an mir, ein Magnet, Junge. Skelett ist tot. Gibst du mir mal bitte, gibst du mir mal bitte, ein Schwert und alles, was ich brauche? Du brauchst denn alles? Äh, meine Stein-Pick-Ecks, äh... Äh, mein Essen, ich hab' ne Essen, ich brauch nämlich streng Essen. Und meine Eier? Ich hab' da, äh, Essen hat so so nix mehr, ich hab' nur noch die zwei Stücke. Und jetzt, also, da hat's ne Ruhe ist. Ja! Der ist am Braten grade. Guck doch, da ist den Ofen! Äh, gibst du mir aber meine Eier? Ich füll' meine Eier wieder. Hahaha! Ich fühl' mich so unendlich ohne meine Eier. Meist du die mir jetzt gerade alle Einzelnen? Ich hab' eigentlich versucht mit... Ah, der war Essay-Guck, oder? Moment. Ja, Essay-Guck, fuck! Ich hab' den gelootet, da hat er noch nen Knochen. Lass' die bitte, ich hab' noch kein Fleisch. Ich will... Äh, wer hat denn das denn? Moment! Ich hab' nichts rausgeholt. Tulia? Tulia muss sterben. Was ist noch am Warten? Nein, aber... Da waren zehn Stück drin. Da sind sechs Stück da rausgeholt. Äh... Leute, der Regen geht mir gerade mega auf den Sack. Danke Tulia. Ja, irgendwie schon, ne? Du hast mir eins gegeben. Danke Tulia. Da waren alle von mir, aber... Ist in Ordnung, wenn du mir eins gibst. Äh... Nein, da fand ich alle von mir. Ne, schau. Moment, slash... World... Save? Ne. World... Egal! Egal, mir preis lassen. Moment, ich will mal kurz noch gucken. Ich will mal kurz gucken, ob man die... die Maps helfen kann. Ne. Geht doch automatisch. Ja, macht der automatisch. Ne. Ne, ne. Macht der nicht. Äh... Lasst uns jetzt auf den Berg gehen. Wo, 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 wo? Da hinter dem Baum. Was ist da? Oh, Creeper. Der kommt dann ins Haus weg. Sehr hoch. Sehr hoch. Können Creeper klettern? Ja. Ich will's nicht rum. Du. Los, klären wir jetzt mal auf den Berg. Ich sollte bei mir vielleicht mal nicht zacken. Alter, Kohle. Ich hab Kohle gefunden. Oh. Kohle, 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 Kohle. Oh Gott, nein. Hör auf. Hör auf, ey. Kohle, Kohle, Kohle. Warte, ist ein Endermen. Luktu, ist ein Endermen. Guck ihn mit an. Ich bin... Ach, geht doch. Schafe, 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 Wolle. Wolle für Betten. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Tötet die Schafe. Ja, ich sammel Kohle, okay. Und die machen noch Fleisch. Stimmt ja? Fleisch! Fleisch. Tulja, wo sind eigentlich unsere Kräuter? Geh sie sammeln! Oh, halt dann. Hat einer von euch doch gesammelt, wo ich gestorben bin? Ich habe dann eine Sache. Ahh! Oh! Warum? Nein. Nein! Nein! Böser, Sammy! Böser, Sammy! Sei lieb! Danke! Rasha, es bringt nichts, wenn du die ganze Zeit schlägst. Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Nein! Halbes Herz! Halbes Segel! Komm, komm, noch Essen! Hast du gehört, Rasha? Ja? Was? Es bringt nichts, wenn ihr die ganze Zeit schlagt. Das wurde jetzt geändert. Weil der holt dann richtig aus, wenn du eine Zeit wartest. Ich glaube, ich habe schon reinge... Nein! Nein, Tulia, oder? Tulia! Also, ich kann deine Sachen nicht auflegen... Oh Gott, ich bin fast tot! Helfen wir doch! Ich kann deine Sachen nicht auflegen, Tulia! Das ist ein Monster! Ich bin auch fast tot! Regeneriere nicht mehr, weil ich kein Essen mehr habe. Sag dir denn nichts, ich habe doch noch genug Essen. Das ist einfach... What a Flash! Okay, gut. Lass doch mal erst Kohle sammeln, bevor wir... Der Regen... Erste Aufnahme ever, überhaupt. Oh, und ich sehe, die 20 Minuten sind jetzt auch vorbei. Moment. Nach dem Zombie erwende ich die Folge. Okay. So, ich verbote mich mal ganz schnell. Das ist immer besser. Alter, das ist ein Twits neben mir eingeschlagen, das war nicht... Das hätte nicht viel gefehlt. Tschüss! So, äh, Moment. Ja, 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 ja. Ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Tschüssi! Yo, tschüss! Hallo, Tudia! 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 Vielen Dank.